Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian. Servus zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frag Fabian, in der es heute um die Frage von Andreas aus Regensburg geht, der mir geschrieben hat, jetzt gibt es ja in ganz Bayern eine Menge Corona-Regeln. Wie macht ihr das eigentlich im Bayerischen Landtag während der Pandemie? Ja, lieber Andreas, auch im Bayerischen Landtag und vor dem Bayerischen Landtag macht Corona, macht Covid-19 natürlich nicht halt und deshalb sind wir auch im Bayerischen Landtag gezwungen, unsere tägliche Arbeitspraxis dem Pandemiegeschehen anzupassen. Das ist in doppelter Weise herausfordernd. Einmal deshalb, weil wir natürlich alle ein größtmögliches Interesse daran haben, dass die Herzkammer unserer Demokratie mit voller Schlagkraft schlägt, wenn sich unser Land in einer Krise befindet. Dass also der Bayerische Landtag voll handlungsfähig ist, auch angesichts der größten Herausforderungen der Nachkriegszeit, die Corona nun einmal ausgelöst hat. Auf der anderen Seite dürfen wir diesen Anspruch vollzählig im Bayerischen Landtag zu tagen natürlich nicht gefährden, dadurch, dass wir die Funktionsfähigkeit des Parlaments außer Kraft setzen, indem sich möglicherweise ein Abgeordneter infiziert an Sitzungen teilnimmt und unser Bayerischer Landtag dann in der nächsten, in der übernächsten Woche möglicherweise gar nicht mehr tagen kann, weil sich alle Kollegen in Quarantäne befinden würden. Und deshalb versuchen wir seit Wochen und Monaten das bestmögliche Verfahren zu finden, um am Ende des Tages dafür zu sorgen, dass der Landtag funktionsfähig ist und dass er nach Möglichkeit auch vollzählig und mit seiner vollen Schlagkraft arbeiten kann. Während der Hochphase der Pandemie haben wir bekanntermaßen ja in dezimierter Form getagt mit einem Fünftel der Abgeordneten. Und jetzt, ja jetzt nach der parlamentarischen Sommerpause, wollen wir das Ganze mit Umsicht und Vorsicht wieder hochfahren mit dem Ziel eines Normalbetriebs unseres Parlaments. Und dazu haben wir uns unter den parlamentarischen Geschäftsführern interfraktionell mit Ausnahme der AfD auf eine ganze Reihe von Maßnahmen verständigt. Die werden dir, Andreas, gar nicht so neu vorkommen, denn in Wahrheit sind es weitgehend die gleichen Maßnahmen, die auch in Bayern in der Fläche überall gelten. Wir Abgeordnete sind nichts Besseres, sind nichts Besonderes. Für uns gilt das Gleiche wie für die Menschen in Bayern. Deshalb tragen auch wir hier im Bayerischen Landtag Masken, wenn wir uns durch das Gebäude bewegen, nehmen die Masken erst ab, wenn wir an einem Platz sitzen, an dem sichergestellt ist, dass wir eineinhalb Meter Abstand haben, also Abstandsgebot zu den Kolleginnen und Kollegen. Natürlich gelten auch hier im Haus alle Hygienevorschriften. Wir versuchen auch, alles, was den Infektionsschutz hochhalten kann, nach vorne zu treiben. Und wir haben darüber hinaus noch ein paar mehr Maßnahmen auf den Weg gebracht, weil der Bayerische Landtag eben kritische Infrastruktur ist, weil eben ganz sicher sein muss, dass der Landtag auch handlungsfähig ist in dieser Krise. So haben wir beispielsweise, um jetzt wieder vollzählig tagen zu können, diese Plexiglasscheiben angeschafft. Die befinden sich, wie hier in den Ausschusssälen, die befinden sich aber auch im Plenarsaal des Bayerischen Landtags. Und ganz ehrlich, das Ganze sieht schon etwas komisch aus. Man fühlt sich ein bisschen wie in so einem kleinen Glasstall. Aber wenn es dazu beiträgt, dass wir vollzählig tagen können, dass wir also unsere Arbeit machen können bei bestmöglichem Infektionsschutz, dann ist das natürlich sinnvoll. Auch da sollte meiner Ansicht nach für uns Abgeordnete nichts anderes gelten, als für die Ärztinnen und Ärzte, als für die Bäckereiverkäuferinnen, Wurstverkäuferinnen, die eben auch jetzt vorübergehend hinter eine solche Scheibe müssen, auch wenn es keinen Spaß macht. Und deshalb gilt das auch für uns Abgeordnete. Darüber hinaus wird es Tests geben hier im Bayerischen Landtag. Wir werden nächste Woche nochmal mit 50 plus 1 Tagen, also mit etwas mehr als der Hälfte der Abgeordneten, um verfassungsmäßig beschlussfähig zu sein, aber nicht das Risiko einzugehen, durch eine Infektion dann vielleicht in der Folgewoche gar nicht mehr tagen zu können. Und ab der übernächsten Parlamentswoche, da wird es dann Tests geben hier im Bayerischen Landtag. Und die Idee ist, dass die Kolleginnen und Kollegen sich testen lassen können, bevor sie in die Sitzungen gehen, so dass wirklich nur im Gebäude an den Sitzungen teilnimmt, wer nicht Corona-positiv ist, um zu verhindern, dass das Parlament lahmgelegt wird. Und darüber hinaus wollen wir über die Grenzen der Fraktionen hinweg eine Art Systematik mit objektiven Kriterien entwickeln. So eine Art, ich habe es Corona-Ampel genannt, aus der eine Kopplung hervorgeht zwischen dem Infektionsgeschehen in Bayern und dem Arbeitsmodus des Bayerischen Landtags. Sodass also klar ist, wenn bestimmte Werte erreicht sind, müssen wir wieder darüber nachdenken, ob das Parlament vielleicht in verkleinerter Form tagt, ob das Parlament vielleicht zusätzliche Schutzmaßnahmen bedarf. Und wann immer wir unter diesen Grenz- und Schwellenwerten sind, soll und muss, und das ist meine feste Überzeugung, der Bayerische Landtag auch im Vollbetrieb unterwegs sein. Denn ja, gerade in der Krise braucht unsere Demokratie seine Herzkammer. Also, lieber Andreas, eine ganze Reihe von Maßnahmen, die wir im Bayerischen Landtag auf den Weg gebracht haben, um sicherzustellen, dass das Parlament einerseits funktionsfähig bleibt, trotz Pandemie, andererseits aber auch möglichst im Vollbetrieb tagen kann und nicht weiter in dieser verkleinerten, in dieser etwas verzwergten Form, wie das über den Sommer wegen Corona jetzt notwendig gewesen ist. Das sind die Maßnahmen im Landtag. Sie sind ganz ähnlich wie die Maßnahmen, die wir auch in der Fläche Bayerns auf den Weg bringen. Ich finde es auch wichtig, dass das Parlament sich da nicht von den Menschen entkoppelt, sondern dass für uns Abgeordnete das Gleiche gilt wie für die Menschen in Bayern. Damit sind wir, glaube ich, gut aufgestellt, um weiter gut durch diese Pandemie zu kommen. Dafür braucht es den Bayerischen Landtag. Deshalb ist Schutz richtig und wichtig. Aber es ist auch wichtig, wieder im Vollbetrieb parlamentarische Arbeit zu machen, um alles zu tun, was nötig ist, damit unsere gemeinsame Heimat gut durch diese Corona-Pandemie kommt. So viel lieber Andreas zu deiner Frage. Und wenn auch ihr eine Frage habt, dann postet sie wie immer unten in den Kommentaren. Dann geht es nächste Woche vielleicht um euer Thema, wenn es wieder heißt Frag Fabian.